In diesem Video sehen Sie zwei verschiedene Arten von Katzenstreu. Eine Katzenstreuschaufel ist besonders gut geeignet, um die Klumpen aus dem Katzenstreu herauszuholen. Wenn Sie das beste Katzenstreu suchen, besuchen Sie den Beitrag auf unserer Webseite tierfreunde.com. Wir haben den Link zum Beitrag unter diesem Video in die Videobeschreibung eingefügt. Viel Spaß beim Lesen! 3 EINDS 6 7